o friends und herzlich willkommen zu meinem neuen video hier auf meinem channel the crazy talent gamer heute mit meinem ersten fortnight video ich hoffe euch gefällt das video wenn es euch gefällt lasst ein like da ein kommentar oder abonniert den channel viel spaß mit meinem video das du vor mit dem man hier und mit dem zonen ja Ja, bitte, bring mir den Rad runter. Boah, jetzt habe ich den Alka-Wolf rein. Komm, wir holen den Rad. Ja, du? Ja. Trinkst du jetzt, oder? Ja. Alter. Hast du schon mal Alkohol getrunken oder nicht? Nee, ich darf nicht. Wieso, ich darf nur einmal im Jahr Alkohol in der Rad lachen? Ja, ich habe dich ja nicht gesehen. Oh, Autos rum. Komm, wir holen den. Oh, mein Gott. Falls du das Auto siehst, schieß ab. Ist ausgestiegen, da sind die zwei. Schieß die ab, schieß die ab. Schieß auf die. Da, 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 da. Los, los, du was. Warte, ich kann nicht. Über Party, über Party, über Party. Jawoll. Einer down. Der hat nichts mehr. Jawoll. So muss das sein, Kollege. Ey, 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 ey. Nichts ab, zahrappen. Wo, wo ist sein Kollege? Kannst du mir die Waffe geben? Oder willst du die? Welche? Die goldene, die du mir abgeliebt hast. Ja, nimm's, nimm's, nimm's. Nimm's, nimm's. Ah, ja, gut. Okay, alles klar. Sein Kollege ist auch tot. Ja. Ach, der ist da hinten? Ja. Den hat es weit wegschleudert. Sind da zwei Biggies? Oder so? Ah, ah. Wo ist der Bus? Ist der kaputt, oder was? Nein, der ist da hinten. Braucht noch nicht Shotgun. Gern. Hab ich. Ein billiger, aber. Lass mal hier rüber gehen. Da. Ähm, hier. Sorry. Da ist ein Biggie. Ja. Trink du denn? Ja. Mach ich. Ich muss richtig. Da wirst du oben stehen. Oh, WOA! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was passiert hier? Sterben wir jetzt? Wir steigen da aus. Warte, komm mal. Gehen wir ganz rauf. Ja. Wie kommen wir da hoch? Komm mit. Hier, da und dann da rauf. Hm. Ach Gott, jetzt kann man ihn nicht da rauf. Wir müssen hier in die Zone. Lass ihn weg. Wir müssen in die Zone. Ja. Moment, lass zusammenbleiben, okay? Zusammenbleiben. Soll ich den Purschen gehen? Nein, nicht allein, bitte. Sonst sterben wir. Ich habe keinen Bock zu sterben. Okay. Wir müssen zusammenbleiben, besser. Lass mal hier hochgehen vielleicht. Da bei blau. Und dann checken wir die Lage. Oh nein. Lass zusammenbleiben. Nicht so weit weg. Nicht so weit weg. Komm hier in den Pursch. Ja, ich bin hier oben. Machen wir ein bisschen. Machen wir ein bisschen. High position. Komm am besten zu mir, weil die können dich von da oben abknallen. Machen wir ein bisschen. Machen wir ein bisschen besser. Wachen wir ein bisschen. Okay. Ich bin auf dem Gegner. Okay. Ja. Ich bin auf dem Gegner. Ich bin auf dem Gegner. der ist da oben ja soll er da bleiben ist besser aber nicht dass wir uns die aufmerksamkeit auf uns ziehen wenn jetzt jetzt von mir ja der lande abkommt er ist alleine tot tot komm her komm her hast du muni für aug vielleicht ein bisschen hier lasst jetzt schön dass jetzt schön das noch schön ein bisschen ja ja und hinter uns muss mal schauen und glaube hinter uns wird keiner mehr sein aber lieber jetzt konzentriert spielen dass wir gewinnen vielleicht erst mal wenn uns keiner abknallt noch nicht schießen oder erst wenn du meint dass du einen killen kannst vielleicht bleiben wir hinter dem stein ja ja aber ich habe angst dass hinter uns einer ist das ist halt immer naja schüsse ich sehe ein 200 da aber gehen wir das in zweiten ja ja falls ich ein okay hits gegeben ja wohl was auch was auch was auch was auch der kommt jetzt von der kommt von unten wahrscheinlich muss man aufpassen ich habe den scanner ja was auch hinter uns wir sollten das pushen gehen oder nein 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 nicht pushen nicht pushen das ist gefährlich aber schieß ruhig diese knarren ab diese scanner dass wir wissen wo ungefähr einer ist soll ich nicht den baum da weg machen ich treffe nicht ich glaube es nicht das alleine aber lassen wir mal ja 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 er kann nicht mit den beiden umgehen langsam 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 wir können ja 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 komm komm wir haben so der stein da ist wo bist du ja aber wir brauchen hier vor uns hierhin hinter uns sind gegner hinter uns aufpassen aufpassen dein mate ist tot nein der hat nichts mehr alter nicht pushen nicht pushen nicht pushen lassen kommen lassen kommen ok 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 der ist allein kommen wir töten ihn wir töten ihn wir müssen aber nicht ohne scheiße was machen wir was machen wir denn ja wir zwei gegen zwei solos kommt das schaffen wir das schaffen wir müssen auf halb bleiben wir müssen auf halb bleiben ja voll damn geil 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 so muss das sein kollege ja da na da die die vie die